Und hallo und willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Jetzt haben wir es noch dunkel hier gerade. Nur mal schnell dem Auto nach, dass wir dann noch ein bisschen was finden. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was gefunden. Schrauben, sehr gut. Oh, dann haben wir es noch dunkel hier gerade. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was finden können. Oh, da ist die Sonne. Das ging aber schnell jetzt. Haben wir noch was bei den Autos? Ne, die Autos sind alle leer, ne? Okay, dann gucken wir die Häuser nochmal nach hier. Können wir da noch irgendwo... Ne, da können wir gar nicht rein, ne? Da ist gar keine Tür dran. Alles vernagelt. Ich glaube, das ist die Tür, die ist vernagelt hier. Briefkasten ist nichts mehr. Wir haben schon alles aufgesammelt hier. Mal gucken. Da war noch ein Hase, aber wir können den leider nicht mitnehmen. Da ist noch... Oh, eine Bauzeichnung. Okay. Was haben wir denn alles? Gucken wir mal gerade in der Tasche. Haben wir noch irgendwo Platz? Ne, kein Platz mehr. Wir haben noch eine Falle, die wir aufstellen könnten. Müssen wir eigentlich mal machen, ne? Wo ist das Fleisch immer noch? Okay, wir wenden die mal an. Ach ne, die kann ich hier nicht anwenden. Ich muss weiter da rüber. Okay, gucken wir mal gerade. Können wir die hier aufbauen? Anwenden. Hier, bauen. 30 Prozent, das bringt uns sowieso nicht mehr so viel. Das heißt, die steht jetzt zum letzten Mal hier. Ach, das ist die falsche. Ich bin ja doof. Das ist ja eine große Falle gewesen und keine... Keine kleine. Ja. Wir lesen keinen kleinen Vorteil. Okay. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber wenn die Hase rumlaufen, gehe ich davon aus, werden wir hier nichts haben. Nichts Böses. Das sind wir noch mit noch eine Bauzeichnung. Na nun, was geht denn ab hier? Doch, da ist ein Bildschwein. Bildschwein! Komm her, hier. Das war jetzt aber knapp in der letzten Sekunde. Okay. Können wir alles mitnehmen? Haben wir alles mitgenommen? Ich hoffe es mal. Wir haben, glaube ich, alles mitgenommen. Drei Fleische, die müssen wir eigentlich verkochen jetzt hier. Aber wir haben keinen Platz im Inventar, ne? Wir könnten... Ne, Salz haben wir auch nicht. Hier, komm, Desi. Wir müssen mal gerade zurück. Wir müssen gerade das Zeug wegbringen. Wir könnten auf jeden Fall noch Sachen finden. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, gucken wir mal. Inventar. Können wir noch irgendwas ins Floß hauen? Was haben wir hier? Floßgestell. Das sind Bauzeichnungen. Bauzeichnungen. Kann ich die noch stacken? Kann ich stacken. Sehr gut. Dann haben wir noch ein Wildschweinleder. Das braucht die noch für irgendwas, oder? Warte mal. Irgendwas muss ich schon noch craften. Wildschweinleder, Hose. Was haben wir eigentlich alles? Wildschweinleder, Hose... Die Mütze müssen wir noch wechseln. Hm. Da müssen wir doch mal schauen. Wir sind gesund. Floßgestell könnte ich bauen. Ich weiß nicht mal, was uns fehlte. Reparatursatz könnten wir bauen. Sperrfalle könnten wir noch bauen. Wir können auf jeden Fall noch was craften hier. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das craften sollten. Da war noch irgendwas anderes, was ich craften wollte. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Da können wir noch Hasen fangen, dass wir noch bauen. Aber unser Inventar ist echt ein Problem. Daisy... Das Floß ist auch voll. Ich höre da hinten die ganze Zeit die Dinge ins Kreischen, die Hasen. Tja, kann man da irgendwas wegräumen hier? Nee, eigentlich nicht, ne? Benzin. Sauberes Wasser. Den Bogen, da müssen wir noch mal Pfeile machen. Dann könnten wir ja benutzen einen Löwenzahntee. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr, ne? Schrauben kriege ich hier auch nicht unter. Nee. Das ist echt ein bisschen knapp hier. Lumpen haben wir noch. Tja, weiß ich jetzt nicht. Ich würde gerne noch ein paar Sachen mitnehmen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Eine Fackel wäre wichtig, wenn es dunkel ist. Das ist eine Jucca. Kann ich hier auch nicht wegpacken, ne? Was ist das hier? Sumach haben wir hier noch. Mit Sumach konnten wir doch noch Dingens machen, oder nicht? Konnten wir doch nicht noch ein bisschen was craften? Warte mal. Mit rohem Fleisch? Konnten wir denn hier noch irgendwas basteln? Hm, ein Feuer benötigt. Doch, hier eine Dingens könnte basteln, um Plagegeister fernzuhalten. Gekochte Jucca könnten wir machen, gekochtes Fleisch könnten wir machen. Wie sieht denn das Essenstechnisch aus? Das geht noch. Irgendein Teil fehlt uns, ein Ledersatz. Hier, Hasenfell brauche ich nur dafür. Okay. Metallhammer, ne, da war irgendwas anderes. Noch Pfeile, Pückelfleisch, Schiene. Stahlmesser, hier. Einen Werktisch brauchen wir. Wir haben Wildschweinlederhaut und wir haben Schrauben. Das heißt, wir machen das nächste Stahlmesser, glaube ich. Weil ich glaube, wir haben... Wo kann ich denn meine Ausrüstung machen? Hier. Doch, wir haben schon ein Stahlmesser. Was fehlt uns denn? Ein Steinhammer und ein Steinmesser. Achso, das Extras... Äh, Extrasloid. Ich dachte, das hätte kein Extrasloid. Ne, dann geht das... Dann ist es ja egal. Dann brauchen wir das gar nicht sofort. Verdorbener Köder braucht man Trompetenblumen, ne? Hm. Die Sachen haben wir gar nicht freigefällt. Die Bärensachen. Ich habe die befürchtet, die kommen jetzt alle noch. Und die weißen Börbe, das wird noch ein bisschen schwieriger. Wir sind hier, ich weiß gar nicht, im fünften Bereich jetzt. Immer noch. Da müssen wir gucken, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Aber in unserer Sitzung will ich natürlich auch gucken, dass wir noch ein bisschen was sammeln. Ich bin gerade im Liegen, ob wir uns noch was an Klamotten basteln. Weil da müssten wir eigentlich mal gucken. Das ist eine isolierte Jacke. Für die Jacke brauche ich, glaube ich, mehr, ne? Ist die hier angegeben? Hm, ist die denn isolierte Jacke? Die ist nicht mal eine Wildschweinjacke zu sehen. Krass. Wie viel bringt die denn? Kann man das vergleichen? Ne, kann man nicht gucken, ne? Ich will da jetzt nicht draufdrücken, weil ich die obwohl doch nicht kann. Nein, 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 abbrechen. Ah. Da war ich wieder zu langsam. Egal, jetzt haben wir Schuhe gemacht. Und wir haben schon Schuhe. Na toll. Nein. Aber wir können die hier drin lassen, glaube ich. Wenn die kaputt gehen... Haben wir noch welche, oder? Oder gehen die nicht kaputt? Ich glaube, die gehen nicht kaputt, ne? Ich hätte die Mütze machen sollen. Ich vollidiot. Ich wollte noch auf Abbrechen drücken, aber... Da hatte ich gerade mal anhandlich auf der Escape-Taste. So schnell genug. Na, ist egal. Dann haben wir jetzt... Schuhe, die wir nicht brauchen. Vielleicht können wir die nochmal brauchen. Ich weiß ja nicht genau. Wir nehmen nochmal mit, was wir mitnehmen können. Ich bin gerade überlegen, könnten wir noch eine Falle bauen? Vielleicht gibt es ja noch einen Wildschwein. Hier, warte mal. Eine Falle. Da können wir noch eine Falle craften. Die Falle können wir craften. Die Sperrfalle können wir auch craften. Dann lass uns nochmal die Sperrfalle craften. Und sie ist im Moment natürlich wieder voll. Aber dann könnten wir vielleicht nochmal... ...ein Wildschwein suchen dann. Das wäre jetzt so das, was wir noch machen müssten. Da können wir... Können wir die noch mitnehmen? Nein, im Moment ist voll. Natürlich. War hier noch was? Äh, Beute... Gefäß. Können wir mitnehmen? Okay. Hier ist ja doch ziemlich viel zum Gucken, ne? Ein kleines Dörpchen hier auf der Insel. Das ist leer. Blivenzahn können wir nicht mitnehmen. Wir müssen nochmal nach dem Wildschwein gucken. Hier ist da auch nichts drin. Okay. Da geht es nicht weiter. Den Sitzling nehmen wir noch mit. Das Wildschwein, das hängt hier noch. Da sind noch zwei Hasen. Das wäre eigentlich noch Fleisch. Das müssen wir eigentlich mitnehmen. Da ist auch nichts drin. Hier ist ein Arbeitstisch. Reparatursatz? Was brauchten wir denn noch? Ein Floßgestell brauchten wir noch, ne? Ich hoffe es mal. Wir craften dann ein Floßgestell. Reparatursatz, so können wir nicht mehr machen. Falle könnten wir noch craften. Haben wir noch Platz im Inventar? Ne, haben wir nicht. Okay. Was gibt es denn, Daisy? Hast du noch was gefunden? Da hinten? Ja, da gehen wir gleich gucken. Ich gucke hier mal gerade noch. Es wird schon wieder dunkel. Wir sind noch nicht ganz durch hier. Altes Holz können wir nicht mitnehmen. Okay. Inventar ist voll. Das Holz müssten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre noch wichtig. Hier ist auch noch altes Holz. Okay. Was haben wir hier drinnen? Noch ein Gefäß. Okay, können wir mitnehmen. Wir gucken mal gerade. Ich hoffe, hier ist noch ein Wildschwein, was wir noch mitnehmen können. Das wäre ganz toll. Da ist nichts drin. Okay, und hier sehe ich nichts. Ist da noch was versteckt? Manchmal ist dahinter noch was versteckt, aber man sieht es halt nicht, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Okay, gucken wir mal. Hier drüben. Es ist so verdächtig offen hier. Angelschuhe können wir nicht mitnehmen. Okay. Was ist das hier? Trompetenblume. Können wir nicht mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ich müsste irgendwas wegschmeißen, aber ich will eigentlich nichts wegschmeißen. Wir haben Wasserfilter zu viel gemacht, ne? Tja, was mache ich denn jetzt? Setzling haben wir jetzt zwei Yucca. Müssten wir kochen. Ein Feuer haben wir noch, aber ich will eigentlich nichts rausschmeißen hier. Da haben wir noch trockenen Zunder. Da haben wir auch trockenen Zunder. Die können wir leider nicht weiter stacken, ne? Das Floßgestell kannst du noch nehmen. Jetzt hätten wir Platz. Dann könnten wir das noch craften. Warte mal, nehmen wir dich mit und craften. Können wir das craften oder müssen wir das... Verdorbenes Fleisch können wir machen hier. Okay, wir haben einverdorbenes Fleisch gemacht. Krankheit. Achso, weil es kalt ist. Okay. Floßausrüstung könnten wir noch craften. Eine Falle wäre noch machbar, aber wir haben keinen Platz. Doch. Wir hätten noch ein bisschen Platz. Aber wenn wir die Falle aufstellen, dann, äh... Doch, es wird gehen. Wir kriegen ja Fleisch und Dingens. Dann craften wir noch eine Falle. Aber Fleisch wäre auch wichtig. Das müssen wir dann aber kochen, der es beigelegen hat. So. Wir gucken mal gerade die Hasen. Wo waren die Hasen denn hier, ne? Ich glaube, die Hasen waren hier. Dann stellen wir die Falle noch auf und dann gehen wir schlafen. So, wollen wir die Falle anwenden. Hier. Bauen wir da noch auf und dann gehen wir schlafen. Ja, die, sie machen wir morgen. Jetzt fängt es nämlich an zu regnen. Wir gehen schlafen. Äh, machen wir acht Stunden draus. Dann müssen wir auf jeden Fall was trinken und was essen. So, es regnet. Es regnet, es regnet. So, gucken wir mal. Was können wir denn essen? Ähm. Wir müssen Fleisch kochen eigentlich, ne? Wir müssen hier Lübenzahntee, Nahrung und Hydrierung. Dann trinken wir das mal. Das bringt ein bisschen was. So. Das müsste aber erstmal reichen, ne? Wasser ist voll. Nahrung ist jetzt noch nicht so voll. Wie viel Wasser haben wir hier? Sauberes Wasser könnten wir nochmal ein bisschen aufnehmen. Nutzen wir mal, weil es gerade regnet. Dann machen wir die hier voll. Zwei Stück können wir noch machen. Okay. Dann haben wir das voll gemacht. Die Jucca müssten wir nochmal gucken. Die müssen wir noch kochen. Wir gehen nochmal, weiß nicht, zwei Stunden schlafen, wenn das jetzt wirklich so blöd ist mit dem Regen hier. Wenn wir nicht so nass sind, hoffentlich. So, dann hat es aufgehört. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Hasen müssten fertig sein. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Die Falle liegt hier noch. Da ist noch Hasenfüll und rohes Fleisch. Nehmen wir mit. Jetzt ist unser Inventar wieder voll. Können wir noch was craften? Was haben wir denn ausrüstungstechnisch hier? Eine Hasenmütze? Ähm. Isolierte Handschuhe. Die könnten wir vielleicht austauschen. Wie viele haben die denn? Die haben drei. Die Hasendinger haben fünf. Ja, das wird Sinn machen, dann vielleicht Hasenhandschuhe zu machen. Dann ziehen wir die an. Äh, ausstatten. Okay, dann geht es noch ein Stückchen weiter nach unten. Wir müssen aber auf jeden Fall noch bessere Sachen anziehen. Die Jacke wäre noch was. Aber da müssen wir gucken, da brauchen wir wahrscheinlich mehr. Haben wir noch genug Platz, um eine Falle zu bauen? Ich glaube nicht mehr, ne? Ähm. Resslinge würde uns fehlen. Zwei Stück. Ich glaube, wir haben hier keine mehr. Was ist das hier? Wilder Knodlauch. Das bringt uns das nicht weiter. Was ist das hier? Gift zumach? Zumach. Können wir den mitnehmen? Haben wir Platz im Inventar? Ne, haben wir nicht. Isolierte Handschuhe können wir verarbeiten. Lumpen draus machen. Jetzt haben wir wieder Platz. Ich bin ja überlegen, ob wir das kochen. Was machen wir mit den Dingern hier? Die brauchen auch Platz, ne? Die haben wir ja leider schon. Da habe ich leider Mist gebaut. Können wir da Lieder wieder rauskriegen? Ich glaube nicht, oder? Lumpen draus machen? Ne, können wir nur Lumpen draus machen. Das ist ärgerlich. Ja. Dann Lumpen draus. Dann können wir den Gift zumachen. Aber mit dem, da können wir uns noch was basteln. Ähm. Holz können wir mitnehmen. Das hatte ich hier drüben noch irgendwo. Ne, wo war das? Ganz drüben, ne? Wir hatten hier ganz viel Holz. Das würde ich gerne mitnehmen. Hier war, glaube ich, Holz drinnen, genau. Alles mitnehmen. Und hier war, glaube ich, auch Holz drinnen. Alles mitnehmen. Sehr gut. Dann haben wir wieder drei Holz. Das ist noch eine Kiste. Noch mehr Holz. Wow. Jetzt geht es aber ab mit Holz hier. Da haben wir echt Glück gerade. So, hier hatten wir noch eine Werkbank. Was können wir denn noch? Einen Reparatursatz? Was muss ich denn noch craften? Ähm. Ne. Warte mal. Hier. Metall haben wir schon. Stahlmesser. Irgendwas war doch, was wir noch nicht craften konnten. Oder so eine Floßgestell haben wir jetzt. Wir haben natürlich eine Menge Holz, ne? Ich bin halt am überlegen, ob wir da noch andere Sachen machen können. Hm. Fleisch mussten wir auf jeden Fall kochen. Eine Kistenfalle. Die könnte man dann lebend fangen hier, ne? Brauchten wir noch Sitzlinge wieder. Ledersatz. Hasenfell brauchten wir dafür. Dann, was haben wir denn noch hier? Pfeile. Sumachtee können wir machen. Wir müssten eigentlich echt das, äh, das Feuer aufstellen. Wir haben ja Holz. Wie viel Holz brauchen wir denn für ein Feuer? Könnte ich denn noch irgendwas anderes craften? Oder geht das nicht mehr? Feuer. Warte mal. Ähm. Ist hier nicht mal. Können wir das nicht mal craften, das Feuer, oder was? Da, Lagerfeuer. Wir bräuchten. Feuersteine. Haben wir nicht. Wir haben keinen Feuerstein. Das ist natürlich schlecht. Dann können wir das nicht machen. Ich könnte noch ein Gestell basteln. Wo haben wir denn Feuersteine gefunden? Das ist interessant. Der griebt sich einfach an die Straße ein hier. Da war nichts mehr, ne? Ja, die Fallen sind leer. Dass man die Reste hier nicht mitnehmen kann, verstehe ich nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Ich glaube, wir haben alles gelootet, was zu looten geht, ne? Das war mal eine angenehme Gegend hier. Da können wir noch was gucken. Angelschnur können wir nicht mitnehmen, weil wir haben keinen Platz, oder? Ne, wir haben keinen Platz. Angelschnur haben wir aber, glaube ich, genug, oder? Hast du noch was, Daisy? Ne, Angelschnur haben wir gar nicht mehr. Okay. Das Fleisch müssen wir unbedingt verarbeiten. Vier Tage. Das heißt, wir müssen das kochen unbedingt. Feuer. Wenn wir das Feuer machen, haben wir das Problem, wir haben kein Feuer mehr zum Aufsetzen, ne? Aber wir müssen die Sachen wegkochen, eigentlich. Hm. Sumach und Yuka. Ja, wir müssen das Feuer aufstellen. Das hat keinen Sinn. Hier kommen wir schnell das Feuer hier hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir Feuerstein wieder finden. Benutzen. Okay. Sitzen. Und Craften. So, was können wir denn? Eine Yuka können wir craften. Die können wir gleich benutzen, eigentlich. Wo ist sie denn? Sauberes Wasser. Sauberes Wasser. Ach so, hier, gekocht. Konsumieren. So, dann ne Sumach-Tee. Und gekochtes Fleisch. Das müssen wir auch machen. Machen wir alles, oder? Könnte ich alles erstellen. Okay. Dann ist das weg. So, äh, Inventar hier. So, äh, Inventar hier. Sumach-Tee. Nahrung und Hydrierung. Dann verarbeiten wir den gleich, würde ich sagen, oder? Obwohl, verstimmter Magen beruhigt. Dann essen wir Fleisch. Dann haben wir sechs Tage. Wow, jetzt sind wir wieder voll. Okay. So, ein bisschen Platz. Das können wir noch benutzen hier, für Dingens. Mussten wir jetzt noch irgendwas am Feuer machen? Ne, wir haben alles weggekocht jetzt, ne? Oh, jetzt wird schon wieder dunkel. Wir haben zwei freie Slots. Wir könnten die Angels schon noch mitnehmen. Da könnten wir uns noch einen Nähsatz, glaube ich, basteln. Das wird vielleicht noch eine Idee. Gucken wir mal. Feuer müssten wir noch machen. Das wäre noch wichtig, eigentlich. Die nehmen wir noch mit. Dann, äh, haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles, ne? Gehen wir schlafen? Ne, wir fahren mit dem Boot jetzt noch. Wir sind zu, dass wir jetzt weiterkommen. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so schnell dunkel wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf dem Boot in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.